Habeck blamiert sich erneut in Talkshow. In einer kürzlich ausgestrahlten Talkshow sorgte die Offenbarung, dass der amtierende Wirtschaftsminister nicht über die aktuellen Strompreise für Unternehmen in Deutschland informiert ist, für erhebliche Irritationen. Diese Wissenslücke wurde als besonders kritisch angesehen, da die Stromkosten direkt mit der derzeitigen Wirtschafts- und Energiekrise verbunden sind, welche die Wettbewerbsfähigkeit des Standortes Deutschland massiv bedroht. Unternehmen sehen sich mit steigenden Betriebskosten konfrontiert, was teilweise zu Betriebsschließungen oder Verlagerungen ins Ausland führt. Die Situation wirft Fragen bezüglich der Kompetenz und des Engagements der Regierung in der Bewältigung der Krise auf. Weiterhin wurde Kritik laut bezüglich des Vorschlags des Wirtschaftsministers, ein neues Sondervermögen zur Unterstützung von Unternehmen einzurichten, was als widersprüchlich zu dem Ziel eines ausgeglichenen Haushalts angesehen wird. Solche Maßnahmen könnten als unvereinbar mit den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts interpretiert werden, welches einen verfassungskonformen Haushalt ohne neue Schulden fordert. Die Debatte um den Solidaritätszuschlag und andere fiskalische Instrumente unterstreicht die komplexen Herausforderungen, mit denen die Regierung bei der Sicherstellung der finanziellen Stabilität konfrontiert ist. Die Diskussionen um die Produktion von Halbleitern in Deutschland und die Verwechslung Thailands mit Taiwan durch Habeck werfen zusätzliche Fragen hinsichtlich der Detailkenntnisse und der Sorgfalt bei der öffentlichen Kommunikation auf. Solche Fehltritte tragen zu einer Wahrnehmung bei, dass ein tiefgehendes Verständnis für kritische Wirtschafts- und Technologiebereiche, die für die Zukunft Deutschlands von entscheidender Bedeutung sind, möglicherweise fehlt. Diese Ereignisse verstärken die Forderungen nach einer Neuausrichtung der Regierungspolitik und nach Entscheidungsträgern, die nicht nur über das notwendige Fachwissen verfügen, sondern auch in der Lage sind, effektive Lösungen für die drängendsten Probleme des Landes zu entwickeln und umzusetzen. Die öffentliche Debatte konzentriert sich zunehmend auf die Notwendigkeit eines Regierungswechsels oder zumindest einer tiefgreifenden Überprüfung der aktuellen Ansätze zur Bewältigung der Wirtschafts- und Energiekrise, um Deutschlands Position als führende Wirtschaftsnation zu sichern und zukunftsfähige Strategien zu fördern.